Hallo zusammen da sind wir wieder in Dark Souls 3 sind das Mod 1.75 hier sind wir letztens mal ausgestiegen wollen doch mal sehen ob man nicht den Weg besser zurück antreten das Feuer ist ja entzündet und dann von der anderen Seite her kommen vielleicht ein bisschen ich weiß nicht ob es besser ist auch da steht ja irgendwann nicht drum herum kommen soll er zu rufe ist der über unseren stadtpunkt 2 im moment war ich habe jetzt der ring getauscht die ersten dringende blaue habe ich raus drehen stein ring und hab den gift ring rein guter leid haben die durchgesetzt und eine type guck da schon so finster hier rüber holzkopf sage ich mal gerade das wird aber trotzdem eng ich habe jetzt wieder raster wird eigentlich nichts machen die der wir sind sowieso die werden wieder dort die folge obwohl sie werden von Anfang 2 drängen das reicht mir nicht wahrscheinlich ich habe aber noch die siegbräu 30.000 säde so nicht in der führung doch man könnte schon mal können pfeile kaufen weil wir haben aber noch denke ich so viel haben wir noch gar nicht verbraucht ich probiere mal denn dann bin ich wenn ich nicht so weit leuchtfeuer weg wo bloß dadurch noch ein pfeil verpasse wird er geploppt vergesse eine lockung das ist die reichweite ist scheiße ich habe nicht aufgepasst ach ich habe nicht aufgepasst und ich konnte nichts mehr machen ich bin ich bin ja du arschloch blödes okay ja das war nichts scheiße macht nichts holo das geht nicht jawohl jetzt muss ich ja mal ganz beruhig ob ich überhaupt der richtige charakter ah ja so moment kurz nachdenken was wollte ich machen jetzt ich gehe auf glut wieder aber konnte ich eigentlich auch nach rufe auch wenn ich nicht auf glut bin ja aber das ach ich habe ja unter die glut drin habe ja genug oh da kommt schon spring ship das hätte ich aber auch feile kann ach so ich habe auch gebeten gefehle okay auf einmal jetzt das ist jetzt 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 Die Scheiße, ja. Oh, nee, dich. Ich habe genau auf den Kopf gezielt. Ich greife auch jetzt. Ich will es auch nicht, der hat 40%. Ich bin entweder stehe ich falsch jedes Mal. 140%. Das ist da, äh, äh, oder, ah, das bringt nix jetzt. Einfach ruhig. Geht da nie wahr, hol da Seele. Dann machst du dann zum Schluss, oder was? Wenn du vielleicht nochmal aufgestiegen bist. Weg, weg, verschwind. Ich mag die nette. Den mag ich eher. Was haben wir, gibt's denn? Wow, reicht, ne? Und wieder mal reicht es mir. Wie schön. Ein Feuer, ein wärmendes Feuer. Jetzt kriege ich die Titanica als Pause, ne? Okay, dann. Entzünden wir das Zweite. Langsam. Warte mal, Bleimotto, bitte. So, jetzt mach ich auch mal ein Screenshot. Ich muss aber warten, bis das Ding weg ist. So, der Balke, das will ich nicht auf dem Screenshot, also. Ach so, das sind die Brücken wieder. Da wird's groß, schwärziger. Ach, da hat's auch noch einer hingesetzt. Dann gehören, das Missvieh. Au! Ach, zu langsam, ich hab's dunkel. Ach, scheiß, hoff, jetzt abbrechen, komm. Das muss ich so machen. Ja, wie sieht denn das aus? Sieht scheiße aus, oder? Ja, komm. Alla oben. Ist denn noch einer rum? Ach, du hoch da. Ich hab den gar nicht mehr. Oh, es gibt aber anständig Titanica. Da war man. Moosbewuchs. Oh, ne Moos, nix los. Ach, du. Du ist das Gras. Das Grasgrüne Schild. Du haben die das jetzt hergefrachtet, verfrachtet. Ja, erhöht die Stemina. Na gut, wir haben's doch, Funde, nur. Yay. Ja, der darf natürlich nicht fehlen. Hier. Ich muss das so ein, zu Feuer, ne? Okay, geht doch. Ach, da ist es. Da ist es. Wasser, warte, sind's hier. Da ist es, Litsch. Gut, der bleibt aber an der Wand, steh, jetzt sagen wir, ich will doch hinter dich. Okay, das Schwertgras. Da ist es, vielleicht klappt es jetzt. Boah, gut. Gut. Die Steinrüstung, die Steinlegends. Ist da, aber auch gut 20,8. Ja, du Scheiße. Ach, ich wollte gar nicht. Ich wollte... Eigentlich mal gucken. Increase, stärker. Ah, okay. Gut, das ist halt auch ein Stärke. Stärke, ciao. So, was ich jetzt aber richtig. Vielleicht kriege ich immer so... Nee, das ist schon wieder falsch. Eben, okay. Ja, das hat geklappt. Gut. Bin zufrieden, kommen wir abbrechen. Dritte haben wir entzündet. Jetzt ging es eigentlich nur noch darum, die Neugierde zu befriedigen. Was ist noch alles neu? Nix, ne? Adduktor. Gießt haben das halt. Das war doch aber auch schon die ganze Zeitgelenke. Immer wieder am selben Platz. Es geht jetzt wieder los. Das war viel gerade. Ouh, du Scheiße. Hat der Entsatz gemacht, ey, oder? Ouh! 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 und schild wieder hoch klassische blocken schlacht blocken schlafen wir nehmen uns die zeitenkugel war ja früher leuchtet weg könnte es aber eine truhe night's ring oder ist noch eine truhe warte mal im krisen des night's ring in christ die stärke hat das habe ich doch schon ach so ich habe es normale glaube ich das ist es großschwert ja also man könnte mehr items finden wenn wir wollten das tor ist offen es wäre jetzt vielleicht auch sinnvoll nicht hier die seele zu verplempern und erstmal das andere leuchtfeuer aufzumachen das habe ich gar nicht gesehen und das ist das ist fies jetzt die krabbe der hilft uns also bisher war es so dass der der riese mit dem bogen uns dabei hilft gut man keine ahnung vorbeilaufen aber der wird uns folgen waldet eines amtes sonnenkönig vielleicht hat er mich nicht verstanden naja versteht er mich nicht was ist denn jetzt da ohne hallo kumo großes großer baum mit zähnen auch eben aller und er geht doch ohne hat keiner angst jetzt geht es aber auch der riese wurde von einem blitz getroffen so lehrt pass auf du bist vergiftet so lehrt so lehrt so lehrt bleib du so lehrt wie er auf hinger heißt kommt dann bleiben wir noch ein bisschen du der ob der lehrmann wird sich das war das war aber kein bogen oder ok da gucken wir später mal guardian muss ich mal gleich ach du scheiße ist genauso schwer erhielt ach wahrscheinlich ja das war was an navigo sie ist wieder wieder leben also die lebenspunkte ok freunde da ist er guck mal heisel der da übe nicht denn den habe ich jetzt nicht gemein den da ja genau mich hielte biebchen das kann man stecken scheiße freunde warum habt ihr das nicht wahr gemacht hat die mama alle fertig jetzt ach wir sind jetzt hier am hache im turm von wolf v rottenthal ist okay freunde pass auf wir machen das jetzt einer geht in die richtung du gehst du gehst und du du gehst du hier okay und ich ich geh hier und er bleibt hier hallo dann geh ich hier er wollte mir nur zeigen dass du was lieb aber da kann ich jetzt nicht so schnell okay 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 aber ich nehmt so mosfurt Da wird gar nicht vergiftet, der Ding, der so leer, der Ding kommt so leer, heisel, und was ist mit dir? Heisel, da noch ein voller Lebensspeicher. Händen den schon wieder gestagert. Scheiße, ja, wie geht denn das? Oh, Feuer. Scheiße, Freunde. Ach Gott, bleibt doof. Jetzt könnte man sein die Kröte vornehmen. Müssen aber erst der Rival. Okay, schnell, komm Freunde, auf geht's. Lasset uns. Das ist, glaube ich, vergiftet, das zeigt. Das ist keine heilende Suppe, sondern eine Giftbrühe. Lassen wir die Finger weg. Goldstein, Bungorfen. Das ist ne Kicke, was kämpfen denn die, oder? Hahaha. Hello, Phantom. Er trifft aber auch nicht jemand. Wow, 50.000. Ich probiere so halt die Suche. Ja, das habe ich gewusst. Halt. Ja, ich weiß, sie ist vergiftet. Ich hab's gewusst, aber trotzdem, ich konnte nicht widerstehen. So, Jungs. Warte, wo ich noch so ein Ding da, ja. Bringt zwar nichts, aber okay. Wie gehen wir vor? Irgendjemand die Idee? Wir müssen zur Krabbe. Könnte man eigentlich mal durchlaufen, oder? Da kriege ich immer dann auch Unterstützung. Ist nix, ne? Das ist auch noch so. Oh, Anna ist gut. Gut, jetzt kommen wir nicht um die Vergiftung drumherum. Ach, da ist bis zweiter. Das schaffst du noch, das schaffst du noch. Naja, ja. Sind sie die Pilze? Die Pilze, ich weiß den Namen. Nimm ihn von dem Riesenpilz. Da ist auch noch einer. Ja, mit LSP. Ist das richtig? Oh, wir nehmen die Pilze, die Krabbe. Ach du, Stone Palmer. Da kriegen wir jetzt die Stone Palmer, oder? So, dann kann ich die eigentlich ja mitteilen, oder? Ah, wo? Nee, mit dem nicht. Da gibt es aber einen. Es gibt so einen Spruch. Also so eine Zauberrolle. Wo man... Die mitteilen kann, sei gefährde. Da ist ja die Krabbe. Boah, da liegt alles tot, Freunde. Weiße Zweige. Oh, die Krone der... Der Dusk, der Lady Dusk. Oder wie die Käse. White Orange. Ist er schon erledigt? Nein, ja. Ich glaube, der hilft uns, der Vogel schießt ja nicht. Wenn wir zu dritt sind, ja? Konntest soll. Oh, der Dretton. Lingeringeringeringering. Direkt ein Dretton. Ach, klasse. Oh, Freunde, da vorne liegt noch was. Gehen wir jetzt einmal durch. Ich habe noch ein paar Tränke. Kann ich nichts machen, wenn der dann wegbläutert. Ach, wir sind wieder am Allgong. Ah, okay. Ah, oh, ii. Wenn schon, denn schon. So, Freunde, haben wir alles? Nee, wir haben nicht alles. Uns fehlt noch etwas. Soll ich auch noch einer? Gut. Holt ihn euch. Bleibt nichts trocken. Ach, nicht einmal die Augen. Moment, jetzt bin ich durch. So, da müssen wir hierher. So, da waren die drei Riesen. Die Bäume, die großen. Krugnus. Die Grellogrus. Die standen hier noch. Hallo? Kommt ihr? Allein möchte ich da nicht rein. Zu dritt? Könnten die schon etwas heftig werden. Jetzt, jetzt! Kann ich nicht! Wolle man rollen lassen? Wolle! Perfekt. Okay, ich schau mal mal das Bike, was das schiefgeläuft hier. Ach, die untoten Bohnenscherbe. Habe ich jetzt nicht gekriegt. Aber er ist nie hier. Oh, der schwarze Bogen von Ferit. Achtung, ich komme auch so rum, dass ich mal... Ach, komm, wir lassen mir da den Vergnügen her. Sache ist gut. Wow, 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 Freunde. Den haben wir es aber gegeben. So, ach du, guck mal. Kleiner Ableger. Die Gold ist. Sind die jetzt auf einmal hergekommen? Die sind eigentlich die Brücke, wo man das Schwert kriegt. Das ist gar nicht, ja. Das war falsch, gell. Das war total falsch, Freunde. Freunde, wir müssen noch mal gucken. Ich habe jetzt hier irgendwie so ein... ...Vompass. Ach, Freunde, wisst ihr was? Jetzt machen wir... ...Friends, wisst ihr was wir jetzt machen? Wir gehen uns jetzt dann... ...ääh... ...von deiner Tipe übersehe. Oh! Jetzt wird aber... ...nützig, Freunde. Ich muss mal gucken, dass wir dort... ...hier. Du Scheiße, ja. Oh, du hast gar nichts mehr zu trinken, Freunde. Mädchen. Da ist unser Schwert. Oh, nicht mehr. Na, das ist gar nicht schlecht. Dann ist es da über. Freunde, ich muss was trinken, jetzt. Hilft nix. Ich hab gar nichts dabei. Guck mal hier, ne? Gut, ich wusste aber auch noch drin. Ja, der ist ja leer, da machen alle Kabel. Ja. Also gut, das brauche ich jetzt nicht. Machen wir mal so lange, wie ich mich dort beschäftigt fühle. Gehen wir einfach mal darüber an, holen wir das Schwert jetzt. Das ist das Großschwert. Gut, das ist immer noch nicht das Großschwert. Da rennt immer noch immer rum, ja. Wie die rumputzen, das ist immer so kuldig. Wenn sie vom Blitz getroffen würden. Wie wenn sie vom Blitz getroffen würden. Ich hätte auch noch mal einer. Oh, Heisel wird ein bisschen schade genommen. Da ist er. Jungs, da ist er. Den holen wir uns jetzt. Oh, den schaffen wir. Warte mal, ich räume die weg, sonst wird er wieder abgelenkt. So, jetzt bin ich noch gespannt. Ich warte, ich schlucke ihn an. Der Forgotten Lachlan. Wow. Oh, da haben wir. Hey, Heisel. Was soll das nicht fallen? Und da brauche ich gar nichts machen. Da überlebt nicht. Das kann ich euch sagen. Das kann ich euch sagen. Das kann ich nicht. Warte mal, das kann ich jetzt beobachten. 9600 und Gargoyle. Okay, Freunde. Das war's eigentlich hier. Finde ich klasse von euch, dass ihr mitgewirkt habt. Und, ähm. Ja. Da liegt noch ein Item. Ah, das ist von einem Frosch. Ne, brauchen wir nicht unbedingt. Ja, Freunde. Dann würde ich sagen. Ihr geht aber wahrscheinlich nicht beide mit in das Salatgebiet, ne. Aber wenn ich jetzt raste, muss ich ja durch die ganze Salatbar wieder durch. Ne, oder wo war das? Es gibt doch gleich hier die Anhöhe hoch. So. Oder, ne. Doof. Was war das jetzt? Ich bin mir nämlich sicher. Was ist jetzt die Anhöhe? Jawohl. Ne, das war sie, ne. Ach, du Scheiße. Wo hab ich denn die jetzt? Habe ich denn jetzt hier versteckt? Habe ich den Teckel. Doch, die Zweite hier. Wenn keiner mehr da ist, dann ist es entspannte Bücher. Obwohl das Gift ist immer noch als Gefahr an der See. So würde ich das euch jetzt sagen. Na, da ist die Brücke. Aber ich bin froh, dass man die die ganze, der ganze Weg mitnehmen kann. Da ist es doch. Da ist die Jungs. Waren wir eigentlich durch, oder? Sind wir nicht sicher. Ah ja. Oh, ne. Da liegt noch einer. Äh, da steht noch einer. Na? Er kommt. Freunde, er kommt. Braucht nicht. So könnt ihr doch her, oder? Ja, Scheiße. Ne, dem Gift. Und das ist das, der mein Freund ist jetzt. Der hat aber scheint nichts bewacht, oder wie? Ne, ja. Das sind ja auch noch frisch, ne? Da oben habe ich auch noch was. Ah, das ist aber oben. Ah ja, da waren wir. Ach. Ach, wir haben gerastet. Oder? Ja. Das ist halt. Gut, aber der Kreis schließt sich. Wir lüften so ziemlich alles ab. Also, ich will zwar so um die 95 Prozent. Ach, ich hab auch noch ein erstes Krieg. Okay, Jungs. Entweder können wir uns jetzt voneinander verabschieden, oder ihr geht mit. Wären wir recht? Ich glaub's nicht, ne? Ich glaub so. Ach, super, ja. Aber das ist doch einfach und easy. Und die haben nicht einmal lebend. Ah gut, die haben auch ein bisschen an den Tränken genugelt. Auch so zwischendurch. Ah, hopp. Da ist er. Prediger. Keine Zauberwärten, bitte. Wahnsinn. Okay. Eingemetzel. Eingemetzel. Oh, 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 oh. Wo ist denn halt? Da ist immer nicht los, oder? Was macht er denn? Ah, der hat geladen, oder? Nicht, jetzt haben wir die Große und die Kleine, die da nicht zu haben. Aber jetzt bräuchten wir die Titanic. Jetzt bräuchten wir die Titanic. Das ist alles ungerecht. Storyteller Staff. Geschichten, Erzähler, Staff. Genau. Mensch, du konntest ja Englisch. Okay, Freunde, es geht weiter. Bleibt am Ball. Wir sind auf dem Weg zum nächsten Leuchtfeuer. 48.000 Seelen. Das ist ganz okay. Aber nichts mehr zu süffeln. Außer so einen. Oh, die hauen schon drauf. Tatsächlich, ja. Also, den Heisel kriege ich nicht mehr, das weiß ich. Also, wie sieht es aus? Oh, die haben sie dir auch rausgenommen. Ach so, halt. Das war glaube ich nur ein New Game Plus. Boom. Waffe ist gebrochen. Das ist blöd, Freunde. Ich habe immer noch keine Ersatzwaffe. Ich habe immer noch keine Ersatzwaffe. Ich habe immer noch keine Ersatzwaffe. Die ist vorhin auch. Wir waren ja schon auch gezählt. Oh, das wäre nicht so gut, dass wir nicht ganz nackt sind. Das alles ist wichtig. Es hat sich auch noch kein Ersatzwaffe. Das wäre sehr wichtig. Was implemented last 논� ejerc maximal pharmaciert? Da ist er. Und da drin hört man sich schon. Warum springt denn der jetzt? Hm, blöde Verkastung war. Oh, das wär's ja jetzt. Was? Ach du Scheiße, wenn ich Schind hochhebe... Irgendwas ist das Scherbe. Irgendwas läuft schief jetzt. Normalerweise müsste ich blocken. Das ist der Angriff. Wenn ich... Oh, sorry. Wollte euch nicht stören. Wenn ich also... Ach so, ist das vielleicht der Waffe zu verdanken? Moment. Ja, das war auf die Waffe zurückzuführen. Da springt man dann scheinbar. Ja, weil man das... Also, damit habe ich jetzt auch wirklich nicht gerechnet, dass die... Weil dann hätte man ja mit einer Art neu gehen können. Das wäre ja auch mal interessant. Das heißt, dass er ausstellt. Aha. Das ist großschweig. Was gibt's jetzt hier? Aber das... Also, wirklich. Ohne irgendeinen Tronk oder... Ach, ich habe jetzt wieder zwei Tränke. Gibt's das? Aber meine Waffe ist kaputt. Da muss ich eh rasten. Irgendwo war noch mal eine Kiste, oder? Warte, aber da oben war da noch mal eine Kiste. Die habe ich doch schon beim... Ersten Versuch übersehen. Jawohl, genau. Die Hunter Axe. Die Jagd Axe vom... Von... Aus... Plotborne. Aber leider... Schwer. Spin Sweep. Also, mit der Drehung ist das, ne? Braucht man nicht unbedingt hier. Ein Gimmick. Wer alle Waffen haben will. Also, das Geräteswort gibt's jetzt zu uns. Normaler gibt's das Thema hier. So, Freunde. Ich... Rast jetzt. Und bedanke mich bei euch. Dass ihr... So tapfer mich unterstützt habt. Oder die... Cindy. Macht's gut. Bis dennne. Was heißt jetzt? Macht's gut. Bis dennne. Ich kann gar nicht rasten. Raste. Warum konnte ich ne Raste jetzt? Wege dir? Ach, das ist ja fantastisch. Fantastisch. Gut, dann machen wir weiter. Weil da brauche ich aber was anderes. Machen wir jetzt wieder zwei Tränke. Bis wir wieder... ... 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